Fett Shady? Was geht, Alter? Ich hab dich seit der Highschool nicht gesehen. Hey! Nüppelträger! Hör auf! Hör auf! Auf! Du hast das drauf, he? Ja. Testergebnisse, meine Herren. So ein Müll. Du hast das nicht drauf? Ja. Wollen wir Freunde sein? Ja, klar. Mach dich auf ein Leben als knallharter Kopf gefasst. Oh ja, das mach ich. Ich dachte, in dem Job gibt's mehr Verfolgungsjagden und Explosionen. Du bist tot. Dein ist aber nicht geladen, oder? Sonst macht's keinen Spaß. Was geht, Chef? Unsere erste Festnahme. Ich hab ihn! Yeah! Bang! Bang! Sie haben vergessen, ihm seine Rechte vorzulesen. Kennen Sie überhaupt den genauen Wortlaut? Na klar, weiß doch jeder. Sie haben das Recht, Anwalt zu bleiben. Sagten Sie, Sie haben das Recht, Anwalt zu sein? Man hat das Recht, Anwalt zu sein, wenn man das möchte. Wir lassen eine Serie verdeckter Ermittlungen aus den 80ern wieder aufleben. Wo melden wir uns? In der Jump Street. 21 Jump Street. Ihr seid hier, weil ihr wie ein paar Justin-Bubi-Miley Cyrus-Trottel ausseht. Wir schleusen euch als verdeckte Ermittler in die Highschool ein. Du hast einen beachtlichen Muskeltonus, junger Mann. Wann bist du in die Pubertät gekommen? Mit sieben oder was? In der Schule ist eine neue synthetische Droge im Umlauf. Der Auftrag lautet, findet die Quelle. Ich glaub, die Dealer sind die angesagten Kids. Wir schmeißen eine Party, so kommen wir am schnellsten an sie ran. Dann los. Gebt absolut niemandem Drogen oder Alkohol. Ich verspreche Ihnen, wir werden super professionell sein. Nehmt's hier, damit ich weiß, dass ihr cool seid. Viel Spaß. Seid ihr auf Drogen? Das gefällt mir nicht. Steck die Zunge wieder in den Mund. Einiges an euch kommt mir komisch vor. Euer Musikgeschmack. Die Tatsache, dass du wie ein 40-Jähriger aussiehst. Ich check mal deine Figur. Äh, ist deine Klausur. Nach dem, was ihr gestern abgezogen habt. Könnt ihr auf keinen Fall Bullen sein, oder? Gehst du mit mir zum Abschluss bei? All I do is party, ha, 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 ha. All I do is party, ha, 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 ha. Ach, da ist abgefahren. Wann bin ich denn erstochen worden? Das ist ja Hammer. Warum springst du immer so übers Auto? Weil's cool aussieht. Probier's mal. Alles okay? Ich glaub, ich hab mir in die Hosen geschissen.